So, herzlich willkommen zur Opening-Belle und wir verlieren keine Zeit, sondern springen direkt nach Frankfurt zu meiner Kollegin Viola Grebe. Dir einen schönen guten Tag. Tja, der DAX geht so, der Handelsverlauf, der Auftakt war ja zumindest nicht so prickelnd, aber er hat sich so wieder ein bisschen fangen können. Was ist da los? Ja, ein bisschen fangen können, ja, aber wir sind immer noch ordentlich im Minus. Allerdings muss man auch bedenken, wenn man jetzt mal so ein bisschen Rückschau hält, wir sind ja jetzt quasi am Ende des zweiten Quartals und auf Quartals, also die Juni-Bilanz, gut, wir müssen natürlich erst mal gucken, wie wir heute aus dem Handel gehen, die könnte ein bisschen mager aussehen, aber im zweiten Quartal, da deutet sich ein Plus von drei Prozent im ersten Halbjahr ein Plus von 13 Prozent für den DAX an. So schlecht ist das nicht. Da kann man auch mal ein bisschen schwächeln, zumal wir haben auch eine etwas abwartende Haltung gesehen vor den ADP-Jobdaten. Die haben wir jetzt bekommen vor rund zehn Minuten und ja, die sind auf der einen Seite, merkt man, der Stellenaufbau im Privatsektor in den USA schwächt sich ab, auf der anderen Seite hat ein Analysten einen noch heftigeren Dämpfer erwartet. Also so gesehen sind die Daten dann wiederum eigentlich nicht schlecht. Du wirst uns bestimmt noch mehr davon erzählen können, was das dann in den USA auch auslösen dürfte. Beim DAX hat es jetzt keine großen Wellen geschlagen, also wir sind wie gesagt immer noch im Minus unterwegs und insofern sind wir mal gespannt, wie viel Plus wir dann tatsächlich aus diesem ersten Halbjahr mit rausnehmen können und was die Jobdaten eben in den USA auslösen und dementsprechend dann vielleicht auch wieder ein bisschen zu uns zurückschwappt. Und ich bin mir nicht sicher, ob du nicht vielleicht doch heute Geburtstag hast, aber dann hätte die Regie bestimmt irgendwas Fieses vorbereitet, oder? Ja, und jedes Jahr versuche ich irgendwie aus der Nummer wieder rauszukommen und jedes Jahr... Ich habe es gewusst, du hast heute Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag, aber hey, immerhin diesmal verzichte ich drauf zu singen, das ist doch was. Das ist sehr lieb von dir, also nicht, dass du nicht singst, sondern dass du daran gedacht hast. Also, dir einen schönen Tag auf jeden Fall noch nach Frankfurt. Ja, genau. Und ich freue mich jedes Jahr wieder drauf, wenn ich diesen Tag hinter mich bringe. Aber sei es drum. Danke, liebe Regie. Damit können wir auch das jetzt abhaken. Ich bin wunderbare 52 Jahre alt geworden und ich fühle mich auch exakt so alt, wie ich geworden bin. So, aber die Märkte sind jung geblieben. Oh Gott, was für eine Überleitung. Das wird auch immer schlechter. Sie sehen es, es ist eigentlich gar nicht so viel passiert. Also, wenn wir uns doch die vergangenen Tage, Wochen, Monate, die Kollegin hat es ja gerade gesagt, erstes Quartal, zweites Quartal, erstes Halbjahr anschauen, dann ist das irrsinnig gut gelaufen. Und ja, klar, jetzt kamen die EDP-Arbeitsmarktdaten, also diese ersten Berichte und sie zeigen, okay, das Stellenwachstum ein bisschen höher, als erwartet worden war, aber prinzipiell schwächt sich weiter ab. Das heißt auf der einen Seite natürlich durchaus, ja, positive Impulse hinsichtlich dessen, dass man die Wirtschaft wächst, klar, aber eben nicht überbordend. Das sollte ein bisschen die Inflationsängste drücken. Und deshalb könnte es am Ende tatsächlich alles mehr oder weniger positiv wahrgenommen werden. Ob das passiert, der Markt ist momentan so, von der Stimmungslage her, so wechsel-, also so launig, dass man das eigentlich gar nicht erfassen kann. Man muss wirklich darauf abwarten, was passiert momentan. The trend is your friend. Ich weiß, 5 Euro ins Frasenschwein, aber in dem Fall ist das tatsächlich so und der zeigt nach oben. Also bleiben wir mal schön dabei und warten, bis dieser Trend bricht. Gut, jetzt schauen wir doch mal, Mensch, wie war denn das erste Halbjahr? So, wenn wir uns das erste Halbjahr anschauen, dann sehen wir, aha, hey, cool. Ja, da sind die ganzen großen US-Banken im Dow jedenfalls diejenigen gewesen, die die Pace vorgegeben haben. 41% für Goldman Sachs, 35% für American Express. Zuletzt natürlich auch dadurch bedingt, dass die Restriktionen der amerikanischen Notenbank zurückgenommen wurden für den Finanzsektor. Das heißt, sie dürfen ihre Dividenden erhöhen und sie dürfen auch wieder Aktien zurückkaufen. Und davon haben ja dann sofort einige Banken auch Gebrauch gemacht. Also nicht, was die Aktienrückkäufe betrifft, aber die Dividenden, die wurden gleich knackig angehoben. Morgan Stanley plus 100%, Wells Fargo plus 100%, also bei den Dividenden. Und das ist natürlich das, was die Anleger massiv jetzt in den Sektor reingetrieben hat und was gestern, vorgestern dazu geführt hat, dass die Aktien auch stark gestiegen sind. Und das Ganze fließt natürlich da in die Beurteilung mit ein. Also das waren die Werte, auf die Anleger geschaut haben. Hinzu kam die Aussicht auf steigende Zinsen und das ist gut für die Finanzbranche, weil dann wird auch endlich mal wieder Geld verdient. Mich persönlich freut es sehr, dass Microsoft, eine meiner Lieblingsaktien, wenn man das so sagen kann, tatsächlich hier im Mittelfeld rangiert. Jedenfalls der Top-Performer, 22% ging es nach oben. Hat einiges nicht geklappt in den vergangenen Monaten. Die Übernahme von TikTok, das hat nicht geklappt. Die Übernahme von Discord hat auch nicht geklappt. Sei es drum, das Unternehmen ist stark aufgestellt und man will jetzt im Gaming-Bereich weiter Vollgas geben. Also finde ich eigentlich ganz schick auf der Rückseite. Ja, eigentlich jetzt gar nicht, wenn man sich das anschaut. Honeywell Verizon ist mit dabei gewesen. Walmart, die hatten lange Zeit, 2020 war die Aktie im Aufschwung, aber jetzt, wie gesagt, kamen zuletzt ein paar Dämpfer mit dazu. Für mich jetzt nicht ganz unbedingt ganz verständlich, aber wie gesagt, die sind ja in den Monaten und Jahren davor eigentlich ganz gut gelaufen für Walt Disney. Das ist jetzt nicht großartig überraschend. Die sind erst abgestürzt nach dem Beginn der Pandemie wegen dem Unterhaltungs- und wegen dem Vergnügungsparkgeschäft. Dann sind sie wieder deutlich gestiegen, auch wegen Disney Plus. Und irgendwann gibt es halt gewisse Erschöpfungstendenzen und dann ist erst mal die Luft raus. Also von daher mehr oder weniger eigentlich alles im Lack. Ich finde Disney trotzdem noch ganz großartig und Walmart finde ich übrigens auch ganz cool. Ja, was das zweite Quartal betrifft, also die letzten drei Monate war jetzt nicht genau das zweite Quartal, sondern ich glaube seit dem 29.03. Nike zuletzt mit Brachialzahlen. Das hat die Aktie natürlich ordentlich angekurbelt. Die ist alleine an einem Tag um 15 Prozent gestiegen. Vor allen Dingen, weil es im US-Geschäft wieder richtig rumst, also nicht rumst negativ, sondern rumst positiv. Und damit wurde auch so dieser Drücker im China-Geschäft gut ausgeglichen. Salesforce, Microsoft hier vorne mit dabei, hat sich eigentlich jetzt gar nicht so großartig etwas getan. Walt Disney auch hier natürlich in der Übersicht dann eher auf der Rückseite zu finden. Was Tech betrifft, ist es Moderna, Moderna, die hervorstechen für das erste Halbjahr. Klar, Covid-Impfstoff, dann kam ja, sie machen es auch ganz geschickt, was die PR betrifft. Immer dann, wenn man gerade dachte, okay, geht nicht mehr weiter hoch, dann hat die PR-Maschine wieder ein bisschen Holz nachgeworfen. Ja, und hat gesagt, okay, alles klar, zuletzt beispielsweise, dass dieser Impfstoff halt auch gute Ergebnisse jetzt beispielsweise für die Delta-Variante zeigt. Und das ist ja genau das, was die Anleger momentan umtreibt. Ja, Delta-Variante, besonders aggressiv, besonders ansteckend, vierte Welle, das ist ja das, was die Kanzlerin auch gesagt hat und so weiter und so fort. Und das passt dann einfach und dann zieht es diese Aktien weiter nach oben und die sind kräftig, wie gesagt, in den vergangenen Tagen auch gelaufen. Nvidia, ganz stark mit dabei gewesen im ersten Halbjahr, die Übernahme von ARM und das Ganze jetzt auch noch positiv gesehen von den Kunden von ARM. Alphabet ohnehin, nachdem man gesehen hat, ach ja, Online-Werbung funktioniert übrigens auch in Krisenzeiten und nicht nur das, sondern es gibt diesen Trend. Ganz kurz mal bedenken, dass da vielleicht die Budgets zusammengestrichen werden und das waren ja auch viele Unternehmen, die gesagt haben, naja, wir müssen erst mal schauen. Aber das hat sich ganz schnell wieder erledigt und eigentlich ist es seither immer nur noch weiter nach oben gegangen. Und klar, die Milliarden laufen wohin? Da, wo die Leute sind, da, wo die Augen sind, die Eyeballs. Ja, und deshalb, Online-Werbung ist genau das, was momentan immer noch richtig Geld bringt. Und Alphabet ist der König der Online-Werbung, um es mal so zu sagen. Ja, ein großes schwarzes Loch und da, die saugen alles an. Und dann haben die ja ganz viele andere tolle Geschichten auch noch. Autonomes Fahren haben sie noch mit dabei, die Cloud haben sie noch mit dabei, dann haben sie Online-Gaming noch mit dabei. Also ganz viele echt coole Geschichten und deshalb, ich finde es immer so lustig, weil man die gar nicht so auf dem Schirm hat. Ja, immer dann, wenn die irgendwo auftauchen, ja, dann redet man drüber, aber ansonsten eben eher nicht. Und trotzdem zieht die einfach ihren Weg, also geht die einfach ihren Weg. Biogen ist mit gewesen, tja klar, Zulassung, Alzheimer-Geschäft auf der Rückseite finden sich dann auch mal direkt. JD.com minus 10 Prozent, China lief einfach nicht in den letzten Monaten. Deutet sich jetzt gerade so ein bisschen eine Änderung an, Pindu Du, die hat es auch ganz übel erwischt. Da ging es wirklich zeitweise 35, 40 Prozent runter, nachdem auch noch so ein Family Office implodiert war. Und dann wurden die ganzen Werte rausgeworfen, mit Druck in den Markt gebracht und dann kam es zum Absturz. Aber es scheint sich gerade etwas zu beruhigen, Peloton, klar, auch hier gab es negative Nachrichten. Schauen wir uns für das zweite Halbjahr und hier ist es tatsächlich das zweite Quartal. Hier ist es tatsächlich das zweite Quartal an A, ändert sich nur in wirklich ganz, ganz homöopathischen Dosen. Auch da Moderna vorne mit dabei, Nvidia vorne mit dabei, Biogen vorne mit dabei, Adobe, die haben auch noch zuletzt klasse Zahlen gebracht. Freut mich für diejenigen, die jetzt zuschauen und die rechtzeitig in die Aktie investiert hatten, weil sie einfach davon überzeugt sind. Virgin Galactic, die hat es gestern böse gebügelt und heute scheint es nochmal einen Nachschlag zu geben. Was war passiert? Tja, also auf der einen Seite, es gab ja diesen Testflug, der war erfolgreich. Daraufhin hat die Aktie auch abgehoben wie eine Rakete. Weltraumtourismus, new hot shit. Und das ist so die Idee, dann kommt noch die ganzen Wall Street Bets, Jünger mit dazu und die rennen da auch alle rein und die kaufen wie die Gestörten. So, und das war jetzt ein bisschen viel und deshalb kam es erstmal zu einer Umkehrbewegung. Jetzt kam auch Bank of America, die haben erstmal ein Double Downgrade vorgenommen. Weshalb haben sie das gemacht? Haben gesagt, ja, wir sind eigentlich durchaus davon überzeugt, dass das cool werden könnte. Und je mehr Unternehmen in diesem Bereich vorstoßen, auf der einen Seite ist das natürlich immer positiv, weil dann gibt es Innovation und Investitionen. Auf der anderen Seite bedeutet das natürlich auch zunehmender Konkurrenzdruck. Davon ist momentan zwar noch nicht so richtig viel zu sehen, aber Bank of America, die sind halt weitsichtig. Ja, nee, nicht weitsichtig. Wie heißt das? Ja, 52. Also, sie schauen halt etwas weiter in die Zukunft und sehen da zunehmenden Konkurrenzdruck. Und jetzt muss man natürlich auch sagen, ist die Aktie von der Bewertung her deutlich vorangelaufen, also im Vergleich zu dem, was momentan halt geliefert wird. Und deshalb ist es auch völlig okay. Ich hatte schon mal, glaube ich, gesagt, Gaps sind in der Regel auch dafür da, um geschlossen zu werden. Und jetzt sieht es erstmal danach aus. Bank of America übrigens Kursziel bei, ich denke, 41 oder 42, 41 Dollar. Also knapp über dieser Ausbruchsmarke, ja, etwa knapp darunter. Dann wurde das Gap aufgerissen. Ist also eigentlich gar nichts passiert. Aber die Aktie ist halt momentan sehr sensibel. Und deshalb geht es jetzt erstmal nach unten. Peloton, da sieht mein Kollege Andi Deutsch jetzt Potenzial, nachdem wir ja hier so diese horizontale Widerstandsmarke geknackt haben. Und wie Sie aus dem bisschen, was da bis zum nächsten Widerstand lauert, ich glaube, das sind so 12 Prozent, 13, 15 Prozent, irgendwas in dem Dreh, wie Sie daraus 50 Prozent machen können. Das sagte Ihnen dann der liebe Kollege auf Aktionär Online. Können Sie gerne mal vorbeischauen, vorbeisurfen. Und da wissen Sie dann, wie Sie da wirklich richtig Spaß haben können mit Peloton. Mit Uber, tja, wenn ich mir das anschaue, ja, das ist jetzt eigentlich nicht das, was ich erwartet hatte. Also eigentlich hätte ich mir den Chart seit dem IPO letztendlich gewünscht. Dann würden wir nämlich sehen, dass die Uber-Aktie seit dem IPO, seit der Erstauf, also seit dem ersten Kurs, etwa da so um die 10 Prozent im Plus ist. Und das auf Sicht von, ja, wie viele Jahren, wann sind sie gekommen? 2019 sind sie irgendwann gekommen. Weshalb habe ich die überhaupt mit dabei, wo ich doch das Geschäftsmodell eher moralisch fragwürdig finde? Ganz einfach, weil jetzt Didi an die Börse rennen will und die Nachfrage riesengroß, ja, und das Ganze mehrfach überzeichnet. Und sie wollen 4,4 oder sie werden für 4,4 Milliarden Dollar Aktien platzieren. Insgesamt könnte Didi damit 73 Milliarden Dollar schwer werden. Wäre natürlich ein Riesending und momentan wird auch getrommelt ohne Ende, wie groß das ist und das Größte seit Alibaba. Und ja, so ist das nun mal. Bei diesen Milliarden Börsengängen, ja, da läuft die PR und die Börsenmaschine richtig an, damit auch jeder Bock auf dieses IPO hat. Denn die müssen ja irgendwie dann die Sachen auch unterbringen. So, und jetzt werden viele Anleger sich überlegen, ist das gut, soll ich das machen? Ja, aber, also erstmal, die Performance zeigt, das ist jetzt kein Selbstläufer. Kann funktionieren, muss aber nicht. Ja, die Stimmung ist eigentlich ganz gut für den Börsengang, aber wenn ich mir hier Uber anschaue, wenn ich mir Lyft anschaue, vor allem dann bei Lyft sieht man, das jagt sie seit dem IPO eigentlich 35 Prozent, seit dem Hoch bei 35 Prozent im Minus, bei, wie gesagt, Uber war es plus 10 Prozent. Ja, das sagt überhaupt nichts darüber aus, wie jetzt das IPO von Didi läuft. Aber man kann davon ausgehen, wie gesagt, kein Selbstläufer. Und die Unternehmen haben alle ein Problem, dass der Markt wächst, aber er ist irrsinnig wettbewerbshart. Also er ist wirklich, was da losgeht, da wird wirklich mit Zehntelprozent an den Margen gerechnet und das drückt dann natürlich letztendlich insgesamt auf den Sektor. Und ich finde jetzt auch nicht, dass der Burggraben um dieses Geschäftsmodell besonders tief ist. Was brauchen Sie, eine App? Sie brauchen eine funktionierende AI, die das Ganze steuert, die sagt, wo die Fahrer, wo, wann zu sein haben. Und dann geht es eigentlich nur darum, wie sehr kann ich die Fahrer ausquetschen, damit möglichst viel Gewinn bei mir hängen bleibt, wenn sie nicht angestellt sind, was sie eben nicht sind. Ja, also hier bei Uber, die kämpfen ja die ganze Zeit drum. Ah, drei Jahre, drei Jahre, drei Jahre. Jetzt schauen wir doch mal ganz kurz. Ah, der Chart von Uber und da, ah ja genau, und da sehen wir sehr schön, ja, Ja, also Uber letztendlich, das hat nichts gebracht, das war mehr oder weniger dead money. Und wenn ich überlege, was ich mit Aktien verdienen konnte in dieser Zeit, wenn ich die richtige Auswahl getroffen habe, dann brauche ich sowas einfach nicht in meinem Depot. Aber das müssen Sie selber entscheiden, das kann natürlich durchaus sein. Wenn der Hype heute groß genug ist, ich komme ja heute an die Börse, wenn der Hype groß genug ist, dann kann die Aktie natürlich steigen. Dann geht es einfach nur darum, jemanden zu finden, der sie einem noch deutlich teurer aus der Hand reißt. Kann man probieren, kann Spaß machen. So, schauen wir weiter, jetzt zu besseren und interessanteren und nachhaltigeren Geschichten. Also, entweder 80107, Rekord hoch, Story ist auserzählt, ja, take it or leave it. Ich finde es großartig, mir macht es total Spaß dazu zu schauen und ich glaube, da, na, wir haben ja noch 19 Tage Zeit. CureVac, das ist cool. So, das hier, ja, das ist das Gap. Fail, ja, ah, hier, Fail, so rum wird es. Also, nachdem Sie gesagt haben, dass die Wirksamkeit Ihres Impfstoffs nur bei 47% liegt, ja, und damit könnte ich auch eine Münze werfen, ist letztendlich die Aktie in den Sturzflug übergegangen, hat dieses riesige Gap aufgerissen und hat ja 50% an dem einen Tag verloren. Aber es sieht so danach aus, als wenn doch viele Anleger sagen, mal schauen, vielleicht in der zweiten Welle, also jetzt im Nachklapp und Sie haben ja auch noch andere Dinge in der Pipeline, vielleicht ist es ja gar keine schlechte Idee, die mal reinzuwerfen ins Depot und zu warten, was damit passiert. Und wie gesagt, jetzt geht es auch wieder um Technik, um Markttechnik, denn Gaps werden häufig geschlossen. Das muss nicht sein, aber selbst wenn die hier nur teilweise ein Gap-Close anstreben würden, selbst dann hätten sie Potenzial, sagen wir mal, bis in den Bereich 80 Dollar und das ist vom jetzigen Zeitpunkt angerechnet, ja, so um die 25%, das ist natürlich eine coole Geschichte und ich könnte mir vorstellen, das ist so eine Aktie, da geht es auch um Momentum und da geht es um Aufmerksamkeit, beides ist bei Kio weggegeben und dann, holler die Waldweg, könnte gut funktionieren. Also man muss dann halt einfach nur für sich selber entscheiden, wo will man die Reißleine ziehen, wenn es halt eben gegen einen läuft, na klar, man kann argumentieren da unter das Verlaufstief, aber das ist natürlich jetzt schon auf dem aktuellen Niveau ganz schön weit entfernt. Nichtsdestotrotz, ich finde das Chance-Risiko-Verhältnis ist gar nicht schlecht. Die 80 gefällt mir auch übrigens deshalb ganz gut, ja, die hatten wir ja schon ein paar Mal und da könnte sie dann auch ruhig abprallen und dann wieder zurücklaufen, aber das wäre so ein bisschen denkbar als mögliches Kursziel, dass man da, ich will nicht sagen ausrechnen, aber Pi mal Daumen nehmen könnte. Facebook auf Rekord hoch, klar, ein US-Gericht hat halt eben entschieden, dass die Kartellklage, die Wettbewerbsklage nicht zugelassen wird und daraufhin ist die Aktie ordentlich gestiegen, aber auch für Facebook gilt mehr oder weniger dasselbe wie für Alphabet. Die Aktie eben normalerweise nicht im Fokus der Anleger und wenn, dann eher negativ in der Öffentlichkeit, Datenschutz etc., das kennen Sie ja. Aber operativ läuft es einfach klasse und jedes Mal, wenn man denkt, die können nicht weiter wachsen, können die weiter wachsen. Ja, und selbst wenn irgendwann mal die Geschichte für Facebook als Plattform auserzählt ist, weil meinetwegen auch jeder dann auf diesem Planeten einen Account hat, was ist denn dann mit Instagram? Was ist dann mit WhatsApp? Was ist, wenn Sie anfangen, WhatsApp richtig zu monetarisieren? Werden die Leute da alle wegrennen? Ich ganz bestimmt nicht. Meine Güte, dann zahle ich halt einen Euro im Monat oder meinetwegen auch in der Woche. Dann ist es halt so und ich glaube, das werden die meisten Menschen, würden ebenfalls so denken und alleine schon, weil es so aufwendig ist, die ganzen Kontakte wieder mitzunehmen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es Überlegungen in dieser Art gibt, in diese Richtung auch gibt und ich finde das sehr spannend und deshalb bin ich auch der Meinung, bleiben Sie einfach dabei, der Trend läuft nach oben, klar, KGV 36, billig geht anders, aber letztendlich werden ja diese Vorschusslorbeeren, die da verteilt werden, auch mit jedem Quartal dann letztendlich wieder irgendwie auch bedient und gerechtfertigt. Also was soll's. Tripcom, ja, das sah auf meinem Chart anders aus und ich glaube, das hat damit zu tun, das hat damit zu tun, dass ich hier die falsche, das ist allerdings mein Fehler, ich habe den falschen Zeitraum gewählt. Wenn Sie einen längerfristigen Chart haben, dann sehen Sie, dass der Kurs der Aktie, das ist ein chinesischer Online-Reisekonzern, ja, und dann sehen Sie, dass der Aktienkurs hier so, er verläuft. Ja, so, zack, 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 zack. Und das schon seit geraumer Zeit. So, und dann sind wir nicht mehr ganz bis nach oben hingelaufen und weshalb ich die Aktie jetzt mit dabei habe, ist, dass sie ist aus diesem Aufwärtstrendkanal ausgebrochen und zwar nach unten. Und das bedeutet erstmal nichts Gutes. Die Angst vor der neuen Ansteckungswelle, die Angst vor weiteren Lockdowns, die Angst davor, manchmal auch vor dem eigenen Schatten, aber in dem Fall tatsächlich eher so, dass diese Erholung, die ja eigentlich schon fest eingepreist war, auf dem Weg nach oben, hat man ja bei vielen Werten gesehen, dass sich das eben nicht so materialisiert, wie wir uns das alles so erhofft hatten und dass es tatsächlich zu Störungen kommt und dass sie sich nach hinten verlagern werden. Und das ist das, was die Anleger momentan ein bisschen umtreibt, ist ja nicht nur TripCommerce, ja auch TUI, bei TUI hat man das auch gesehen, Carnival hat man es gesehen, Roy Caribbean hat man es gesehen, als es dann zu Infektionen kam. Und das macht die Leute natürlich nervös und dann irgendwann sagen sie, pass auf, ich wechsle mal lieber wieder das Lager, da gibt es momentan interessantere Geschichten. Also bei TripCom müssen sie jetzt wirklich aufpassen, hervorragend, ihr denkt heute mit, das gibt es ja überhaupt nicht. Aber nur malen kann ich nicht. Aber sehr cool, hier kann man das wirklich schön, sehr schön kanalisieren und dann sehen sie, wenn sie da das Lineal anlegen, dass wir halt eben tatsächlich ausgebrochen sind nach unten, die ganze Geschichte und das ist ärgerlich und deshalb sollten sie vielleicht auch erstmal hier die Finger davon lassen oder wir können es von mir aus auch auf der Short-Seite probieren. Nur Long würde ich es momentan wohl nicht machen wollen. So, jetzt schauen wir weiter. Was haben wir noch mit dabei? Bad, Bath & Beyond. Ja, eine der Meme-Aktien. Unter anderem. Aber tatsächlich eine der Aktien, wenn man überhaupt von diesem ganzen Universum sprechen will, da sind ja ganz viele mit dabei, GameStop ist mit dabei, MC ist mit dabei und so weiter und so fort. Und wie gesagt, die sind da auch irgendwie mit reingefallen. Das ist so eine Mischung aus dem dänischen Bettenlager und Möbelhaus. Also die haben erhebliche Probleme gehabt im Kerngeschäft, wie alle, die keinen E-Commerce angeboten haben oder nur so Alibi-mäßig, aber die bauen gerade ihren Konzern um und es gibt tatsächlich Anzeichen dafür, dass es gut läuft. Und diese Anzeichen sieht man jetzt auch mit den Quartalszahlen. Der Umsatz um 50 Prozent gestiegen. 1,9 Milliarden Dollar. Das war etwas mehr, als erwartet worden war. Also so um die 70 Millionen sind das etwa mehr gewesen. Sie haben auch vor Sonderfaktoren, haben Sie einen winzig kleinen Gewinn machen können. Netto ist es ein Verlust von 50 Millionen im letzten Quartal gewesen. Das ist natürlich wirklich viel Geld. Auf der anderen Seite, das ist schon eine deutliche Verbesserung gegenüber den Minus 300 Millionen aus dem Vorjahr. Weshalb haben wir die dabei? Weil sich tatsächlich Anzeichen für einen Turnaround ergeben. Aber der läuft natürlich momentan über Investitionen, die das Unternehmen tätigen muss. Und deshalb sind die Kosten für die Restrukturierung, Personalabbau, neue Infrastruktur, vor allen Dingen auch, was die Technologie betrifft. Das sind enorme Kostenblöcke, die geschoben werden müssen und gewuchtet werden müssen und die drücken nochmal ein bisschen auf die Quartalzahlen. Aber insgesamt unter diesen ganzen Aktien finde ich die eigentlich ganz spannend, weil wir hier tatsächlich so ein bisschen auch was Greifbares in der Hand haben und wir sehen die Signale. Währenddem bei vielen anderen ist es ja eher noch so im Wagen, muss man ja tatsächlich so sagen. Und deshalb finde ich die eigentlich gar nicht so unschick. Und die erste Reaktion war tatsächlich auch sehr positiv auf die Zahlen, zumal ja auch der Gesamtjahresausblick nicht schlecht gewesen ist. Es gab also eine positive Reaktion, plus sechs Prozent. Aber dann ist das Ganze wieder zusammengeschmolzen. Die Anleger hier halt eben sehr nervös. Bin mal sehr gespannt, wie sich die Aktie heute entwickeln wird. Bei NIO, das ist eine der China-Aktien, die sich wirklich wieder toll entwickelt haben. Es gibt ja ganz viele, man schaut dann immer auf Alibaba oder Tencent und die gehen nach unten und dann fallen einem irgendwie die Augen zu, weil es halt immer dasselbe ist. Aber die sind klasse. Und die haben jetzt irgendwann schon im Mai ihren Tiefpunkt hier erreicht nach der Korrektur. Und weshalb? Weil das Unternehmen kräftig wächst. Ja. Und jetzt für das Juni, also sie hatten ja im Mai ein paar Probleme gehabt bei den Auslieferungen. Die waren gut, die Zahlen. Aber sie haben ein paar Probleme gehabt, weil sie wissen es, Halbleitermangelware sind im Automobilsektor. Und bei NIO ist das natürlich genau dasselbe. Und die haben da ein bisschen drunter gelitten. Nichtsdestotrotz geht das Unternehmen davon aus, dass man im Juni 7.200 bis 8.200 Einheiten abgesetzt hat. Und damit die Vorgaben oder beziehungsweise die eigenen Prognosen wird erfüllen können. Ist das der Fall, hätten wir weiterhin positive Nachrichten, positiver Newsflow, der dieses Bullen-Szenario weiter unterstützt und der Aktie weiterhin positive Impulse geben könnte. Und wir sind gar nicht mehr so weit hinweg. 20 Prozent, 24 Prozent vom Hoch. Also damit ist NIO unter den China-Tech-Werten schon einer der besseren Werte. Und ich finde die ohnehin klasse. Also von daher können Sie sicherlich mal eine kleine Spekulation wagen. Und wenn Sie das sagen, will ich eigentlich machen, dann setzen Sie doch Ihren Stopp ganz einfach hier unter die 200-Tage-Linie. Und dann sind Sie eigentlich so vom Chance-Risiko-Profil her ganz gut abgesichert. So. Das wird auch immer länger, je älter ich werde. Ich werde mich jetzt mal an meinen Schreibtisch zurückziehen und werde nochmal meinen Geburtstagskaffee trinken. Und ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Gute Kurse. Wir sehen uns morgen früh wieder. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.